Also ich werde wahrscheinlich auch auf jeder Etage ein Bett platzieren, oder irgendwie sowas. Na, kommt doch, Zombies. Oh. Ach, das ist ja jetzt richtig dumm, weil man spawnt ja jetzt genau hier, weil ich das ganze Licht wegnehme. Und, da ist schon der erste, ja vielen Dank. So. Gut. So. Ins Bett. Ich möchte euch nicht unbedingt beim Bauen haben. Das wäre etwas nicht optimal. So. Ähm. Wir bauen uns. Ein paar Sticks. So. Ein paar Fackeln. 61 müssten reichen. So. Nein. Äh. Das wird noch nicht mal mein Industrial Kraftraum. Das wird hier mein Truhenraum. Das wäre eine Idee. Okay. Dass ich dann das ganze schön so in der Mitte habe. Damit. Äh. Was wollte ich gerade eigentlich? Genau. Nein. Nun. Torch. Candleiner. Aderwood. Redwood. Firewood. Wood. Wood. Also einfach nur Wood. joach. wind thats Asper micros natürlich noch einmal Wood. Irgendwie spezielles Potion of healing. Potion of regeneration. BBB. Das ist etwas teuer. Egal. Ich mache das. Wenn ich Diamanten habe. Es kostet hier drei Diamanten. wenn ich mich nicht verzählt habe und hier habe ich auch nichts mehr doch da sinnvolles drin kann ich den backpack eigentlich bald in ruhestand schicken denn genau was auch noch ich auch noch mal möchte ist der capsack oder wie er auch heißt jetzt zum mir gehören du hast hier nichts verloren einmal kurz springen ob ich vielleicht noch ein bisschen von der turtle an marmor absnicken kann und dann wieder nach hause so 20 stück oder so hier war es genau was sagt die die ist schon wieder halb voll super aber kein marmor drin schade für das jede menge da zinn kupfer und dieser ganze scheiß den man überhaupt nicht braucht vor mir ruckelt gerade alles ich weiß nicht warum quatsch kabel stone besagt kabel stone ok wegwerfgrube aufmachen und alles rein was man nicht braucht ww brauche ich ja jetzt sowieso nicht mehr genau und das haus bekommt natürlich ww brauche ich ja super ich habe aber kein fuel mehr ich habe aber kein fuel mehr ich habe ja super ich habe aber kein fuel mehr ich würde sagen dann laufen wir noch einmal kurz und holen ein bisschen nein so sieht gar nicht mal so schlecht aus ok wir holen mal ein bisschen lava denn lava kann man ja auch für fuel verwenden außerdem braucht unsere query nein 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 es melchory wieder was ich komme mit den namen vollkommen durcheinander ich weiß noch nicht mal warum und unsere karotten gehen mal zu neige wenn die da stehen geblieben ist kann ich hier überhaupt hin oder wartet die dann und hat sie wieder ihr programm vergessen ich hoffe nicht lass mal was leckeres holen ok hier kann man sich nicht wehtun das ist schon mal schön so wo ist mein altes haus denn ist es komm lauf schneller dann kann ich mir auch die robber saplings holen denn die brauche ich für die isolationskabel ist gar nicht mal so schlecht ist es zu haben so arg saplings rubber tree saplings genau das brauche ich so dann brauche ich ähm hey der armor stand ja den kann ich mal mitnehmen gut was habe ich hier noch alles drin nein hier habe ich doch noch alles drin hier habe ich es sogar noch ok jetzt weiß ich warum ich so wenig hätte als ich rüber gezogen bin so hier noch was drin nein da noch was drin ja dschungelholz kann man immer gebrauchen und hier ist nichts wichtiges mehr drin 40 karotten brauche ich nicht ernten zu gehen der hammer ist da drin sword hu should reinforce so was brauche ich denn nicht das kann einmal hier wieder rein das zum beispiel das weiß ich jetzt nicht unbedingt was das ist muss ja jetzt schon etwas wegwerfen damit eins zwei drei vier genau das genau passt sonst wäre das ja inakzeptabel wenn das jetzt nicht genau passen würde mit meiner lava die ich jetzt mitnehmen wollte so einmal runterlaufen laufen 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 naja übrigens zur nächsten folge werde ich wahrscheinlich auch wieder das ganze laufen lassen solange diese Höhle da ausgenommen wurde damit sich das endlich mal lohnt eine query äh eine turtle aufzubauen werde ich das dann einfach mal lassen so oh sieht ja auch komplett anders aus als das letzte mal das ist ja auch ein anderer shader so auf der der Indium. Sonst noch irgendwas hier. Psidian brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Salpeterol. Oil. Silver. Na. Nachher. Irgendwann komme ich mal wieder zurück. So. Und. Der mühsige Aufstieg nach oben. Beginnt. Oder begann schon. So. Schwert. So, dann weiß ich, was ich jetzt auch direkt... Dann weiß ich, was ich jetzt auch direkt wieder bauen werde. Mhm. Und zwar... Super, jetzt weiß ich es nicht mehr. Wartet mal kurz. Da ist... Achso, genau. Ein Tool Racket. Meinen Amor Stand werde ich natürlich aufbauen. Dann habe ich auch etwas wieder von meiner Liste abgehakt. Und dann mache ich es nicht. So. Und dann kann ich auch an den Strand. So.